ein herzliches hallöle und damit willkommen zurück hier bei mac warrior 5 mercenaries ich habe mich entschieden doch lieber gleich zum exzenter zu fliegen wie auch immer das ding heißt denn da gibt es einen schwarzmäßige aufträge und vielleicht haben wir sogar die möglichkeit die mechs dort entsprechend zu verkaufen ich weiß gar nicht können wir sind hier schon verkaufen jetzt bin ich mal gespannt hier gibt es den firestarter und den javelin ja anscheinend können wir die hier auch schon verkaufen dann wirft das natürlich ein ganz anderes licht auf uns ob wir wohl ach komm wir fliegen jetzt mal dahin wir haben das geld machen war industrielle so schwarzwagten system ich würde gerne gucken was können wir denn da was können wir denn da ak10 ak20 das sind natürlich schon knackige teile aber ich bleib bei meinem bf bei meiner bf geschichte dass ein stream von 10 negativen was ist der unterschied 5 tonnen und das würde 10 tonnen aber das könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht verbrauchen nur gut was haben wir denn im inventar was wir verkaufen können wir können auf jeden fall verkaufen die beiden hier wir können einiges verkaufen oder genau wir verkaufen das hier das ist gut die hier verkaufen wir auch die beiden lassen wir mal wir haben die kurzstrecke können wir kurzstrecke finden zwei die vier die können wir verkaufen machen wir auch denn das sind nur zwei vierer die sechser hier die können wir auch verkaufen lsr 10 haben wir davon davon haben wir neun davon haben wir auch neun das heißt die hier die gehen wir komplett raus das verticken wir auch hier die ppk die können wir verkaufen oder haben wir noch einfach so die schweren laser bleiben da die munition bleibt auch da ansonsten sieht das ganz gut aus und wir können moment battle max so was haben wir denn hier hier haben wir nichts besonderes wir hätten hier den fire start an 35 tonnen mac ob der so gut ist ich weiß es nicht spezial battle mac der ursprünglich wurde der fire starter zum de facto standard für brandplattformen weil die produktion weit in die tausende geht waren fire starter während der halbieren halbieren einblick unter haus und söldner truppen flägen man das gefällt mir überhaupt nicht wir gucken hier weiter so dass die den e wollten wir doch behalten ist das richtig ist wenn wir alles behalten wollen schauen wir noch mal rein also den e den lcte den wollen wir behalten der bleibt drin der die beiden fünfer bleiben das heißt die 5k 5d und die beiden 1v die wollen wir verkaufen entschuldigung so marktinventar die bleibt da die beiden der hier den wollten wir verkaufen genau der v verkaufen den wollen wir auch verkaufen so die beiden 5v richtig die beiden ich weiß es schon wieder nicht leute es tut mir leid ja genau die 5v die wollen wir verkaufen 5k und 5d nein die wollen wir nicht verkaufen 5k und 5d wollen wir verkaufen meine güte nochmal so markt battle max inventar battle max genau der hier soll verkauft werden und der 5k der kann auch verkauft werden richtig so also müssen wir jetzt alles haben wir haben theoretisch genügend an bord richtig so gut ansonsten gibt es hier noch einen ja auf jeden fall einen auftrag den wir noch alle annehmen können oder zwei sogar es gibt sogar zwei aufträge angriff in die irre führen und das nest entleeren joa ich würde sagen sieht gut bei uns aus dann nehmen wir doch mal alles oder damit haben wir alles verteilt mehr geht halt nicht mehr geht halt nicht annehmen konstellation bleibt und ja ich würde sagen wir springen wir springen einfach mal rein und ich würde ich bitte ein bisschen schlug auf das tut mir furchtbar leid wo 80 prozent ich bin gespannt wann wir an die großen brung ran kommen können die großen mechs aktuell scheint mir das ja alles noch so ein bisschen geplänkelt zu sein ich würde gerne mir einen größeren mech nochmal kaufen Alter Schwede! Oh verdammt, Ziel verloren. So, was ist jetzt? Erreichte die Zielgarnison im markierten Kontrollpunkt, jawoll. Das machen wir doch, das kriegen wir doch wohl hin. Target acquired. Wir haben die Incoming-Battle-Mech. Our target is now marked. Go get him. Tango, down. So, zerstört die Basis. Okay, das ist unser Ding. Target destroyed. We're making progress, but still have a long way to go. Keep up to everyone. Target destroyed. Geh-geh-geh-geh. Geh-geh-geh. Steer, die hier sind. Geh-geh-geh-geh. wo kommt der zählen lassen warte, 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 warte Mission complete, so müssen wir hin, da müssen wir hin. Einfach folgen. Einfach folgen. Sie wurde verletzt. Lass uns raus, Commander. Gut gemacht. Das war aber eine ganz, ganz schnelle Mission. Ganz, ganz schnelles Ding. Ich hoffe, wir haben nicht allzu viel Schaden davon getragen. Aber aktuell sieht es ganz gut aus. Ja, wir können hier eine PPK mitnehmen, noch eine PPK mitnehmen. Wir können eine AKBF mitnehmen und einen Punkt hätten wir noch frei. Nehmen wir nicht mit, wir nehmen die hier mit, weil die richtig Schotter bringt. Die bringt richtig Schotter und wir haben sogar noch einen guten mittleren Laser. Nehmen wir mit. Alles gut, sehr schön. Ansonsten echt nur Blechschäden glaube ich. Und so, wir haben unsere Rechnung bezahlt. Das tut uns nicht allzu sehr weh. Und ja. Hau rein. Lass juken. Ich gucke gerne immer nochmal in die Ausstattung, ob alles soweit in Ordnung ist. Genau. So. Und der Handspeck, der ist alter, den hat es zerrissen. Ach, du ahnst es nicht. Schade, wir haben hier keine AKBF am Markt jetzt, aber wir haben eine AK10 am Markt, oder? Was hat die denn, Gewicht zwölf Tonnen, die hat auch Gewicht zwölf Tonnen, okay. Dann müssen wir hier wohl eine AK10 verbauen. Halt, Moment. Ne, eine AK, doch, eine AK5. Zwei mittlere Laser sind auch noch weg, ah, das ist ja, das ist ja mal gar nicht gut. Zwei Standard-Wärmetauscher, die AK10-Munition, noch ein mittlerer Laser, der weg ist, ach, das ist echt ärgerlich. Gut, dann repariert das erstmal. Und wir brauchen noch einmal AK10-Munition und wir brauchen noch einmal die AK, äh, abbrechen, umrüsten. Lass uns nochmal schnell zum Markt gucken, Ausrüstung am Markt, AK20 ist 14 Tonnen. Ne. Aber die AK10, die können wir uns kaufen, das machen wir jetzt auch. Und auch die AK10-Munition. Aber da haben wir fünf im Besitz. Warum wird das nicht angezeigt? Das, äh, frage ich mich. Bei weitem frage ich mich das. Ähm, warum das nicht gemacht wird, verstehe ich nicht. Nun gut, okay. Nichtsdestotrotz, ähm, ich würde sagen, wir warten jetzt, bis wir wirklich komplett aufgerüstet haben, oder? Wir warten jetzt einfach. Wir warten das durch. Oh, der Captain Ponder ist auch verletzt. Nun gut, da können wir jetzt nicht drauf warten. Aber, ähm, wir können hier nochmal eben rein und wir können alle so AK10 und, äh, natürlich die AK10-Munition, die, wollte ich gerade sagen, immer noch nicht aufgeführt wird. Da werde ich jetzt aber echt ein bisschen sauer. Gut, muss er erstmal damit um. Dann ist das so. Umrüsten. Ja. Und bitte, rüsten Sie um. So, und ansonsten, einer wäre noch da. Zerstörung, äh, Aufstand gegen die lokale Regierung. Wir haben gelernt, dass diese, äh, 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 Entschuldigt, es hat schon wieder geknackert hier. Was ist denn los? So, aber da scheint nicht besonders viel, äh, rumzukommen. Aber wir können vielleicht einfach unsere, unsere Kosten abdecken. Ja. Ich würde sagen, wir machen das. Ähm, der ist noch verletzt. Das heißt, Lieutenant Hamm übernimmt an der Stelle mal den Handspeck. Ja. Sieht gut aus. Ähm, und, ja, wir sind gleich fertig. Äh, 80% haben wir. Äh, und wir springen gleich rein. Und danach, äh, hüpfen wir mal in einen industriellen Knotenpunkt und schauen uns mal um, was wir denn mit unserem guten Geld so alles anfangen können. Ich hoffe, dass wir einen Punkt finden, äh, wo es denn entsprechend auch gute Battlemax gibt. Das ist immer die Frage. Ziemlich düster hier alles, was? Oh, ach, du. So, wir gehen hier hoch. So, wir gehen hier hin. So, wir gehen hier auch. Oh, ach du meinige Mann, da kennt die auch so schlecht jetzt, ne? Okay. So, wir gehen hier lang. So, nicht mehr weit entfernt. So, zerstört die Basis. So, ich laufe mal wieder voll rein. So, ich laufe mal wieder. So, ich laufe mal wieder. So, ich laufe mal wieder. Oh, da kann ich nicht gegenlaufen, okay. So. 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 Und jetzt raus hier. So. 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 mal sehen, was wir erbeutet haben. Sehen, was wir erbeutet haben. So. So. So ein paar gute mittlere laser werden schon schön. Da könnte man mit um. Ah. Aber nein. Ähm. Lsr10, den nehmen wir auf jeden Fall, den baue ich um. Den nehmen wir auch mit! Ähm. Ja. Und dann nehmen wir halt einfach nur noch diese hier, ne? Das ist denke ich auch ganz gut. Ähm. Ich glaube nur Blechschäden an sich. Ähm. So. So, jetzt gucken wir hier mal eben. Wir haben nämlich die Ausstattung LSR 10 und wir haben hier da auch nochmal ein LSR 10. Wir bauen den mal raus und bauen den rein und reparieren das Ganze. Umrüsten. Auch nur Blech, sehr schön. Der kriegt immer richtig aufs Gesicht. Der Handspecker ist immer der, der, das ist so der Damage Keeper. Also der holt alles rein. Sehr schön. So Freunde, wir haben unsere Mission hier erfüllt und industrieller Knotenpunkt habe ich gesagt. Ich würde sagen, ist das hier? Ne, das ist kein industrieller Knotenpunkt. Hier ist auch kein industrieller Knotenpunkt. Ist da? Alba. Ist auch kein industrieller Knotenpunkt. Ja, mein Gott. Wo haben wir denn? Handelsroute. Ist aber Konfliktzone. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube. Ach, ich weiß nicht. Ich würde gerne. Ach, das kostet nur 50. Lass uns mal gucken, was es sich für eine Quest mit hoher Belohnung gibt. Da gucken wir mal hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Da gucken wir mal hin. In der Zeit können wir unsere Mechs ein wenig reparieren. Und dann schauen wir mal, dass wir die Quest mit der Humpelung noch abgreifen können. Ich habe gedacht, wir können besser zum industriellen Knotenpunkt. Aber anscheinend, ja, was soll ich dazu sagen? Ist das noch nicht ganz der Fall? So, ausstehende Übertragung. Verteidigungshilfe. Ach, komm, die nehmen wir mal an. Oh, mehr geht gar nicht, wa? So, und dann haben wir das hier. Das wäre das. Okay, da. In der Zone wäre das. Quest mit hoher Belohnung. Oh, das heißt, wir müssen da hin. Okay. Das ist jetzt aber nicht das, was wir gewettet haben. Oh, hier sind die... Aber 200 Tonnen können wir da abgreifen. Das ist schon mal ganz cool. So, was müssen wir da machen? Das ist zerstörerische Agenten. Das ist eine Attentat. Sind alles Attentatsmissionen, glaube ich, ne? Ja, sieht so aus. Da ist es da. Das ist da. Das ist da. Okay, ich würde sagen, wir nehmen mal 21. Wobei... Hier, 22, da gibt es 8. Da können wir 8 Punkte reininvestieren, Freunde. 8. Das ist krass. Uh, 3 da rein. 1, 2, 3, 4, sind 10. 5. So könnten wir das machen, oder? Oder meint ihr die Schadensabdeckung? Aber wir können noch einen aus der Schadensabdeckung aus den 350. Und geben da noch einen rein, oder? Kommt, die machen wir jetzt noch. Wir rüsten nochmal um. Ich weiß nicht, ob wir den... Den 45 Tonnen Mech... Und dann nehmen wir hier noch den... Den wieder mit rein. Wir haben auch sonst nichts. Wir haben auch sonst nichts. Das sind die schwersten, die wir aktuell zur Verfügung haben. Diese drei hier. Die drei Brüder. Ja, probieren wir es mal, oder? Im Endeffekt fehlen nur 15 Tonnen. Hm, Shadowhawk. Okay. Kurzstreckenraketen, Kurzstreckenraketen, AK-5. Zwei mittlere Laser. Und sogar Langstreckenraketen. Für zweieinhalb Mille. Theoretisch wäre das was. Leute, theoretisch wäre das was. Ich glaube... Wir werden diese zweieinhalb mal investieren. Ich kaufe den ganzen Burschen mal. Gehen wir mal rüber. Und... Wir werden mal gucken, was wir machen können. Gut. Die AK-5 ist kaputt. Okay. Aber da haben wir noch was von. So. Dann haben wir die AK-5 Munition. Und die KSR Munition. Dann haben wir einen mittleren Laser, den wir noch wieder einbauen müssen. Allerdings haben wir da einen schlechteren. Eine Sprungdüse. Oh, eine Sprungdüse, die hier rein muss. Und ansonsten sieht das. LSR Munition, KSR Munition. Standard Wärmetauscher. 39 Tage bis der Rubel... ...bis der Rubel umgerüstet ist. Ich glaube, wir warten noch so lange. Abbrechen. Ja, ich will die Mission abbrechen. Ich will erst mal warten, bis der umgerüstet ist. Und dann können wir immer noch... Dann können wir immer noch zuschlagen, Freunde. Wir können immer noch zuschlagen. Es ist sechs Schadensabdeckung. Zwei Schadensabdeckung reichen mir. 14. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie das aussieht. Die Mission machen wir noch, Freunde. Und dann haben wir 200 Tonnen. Da fehlen noch 15. Und... Jetzt sind es 200 Tonnen. Vor allem gesprochen. Entschuldigt. Ich habe gerade die Hand vor dem Gesicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder? Doch. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir gehen rein. Jetzt müssen wir noch ein bisschen laden. Schade. Muss jetzt die Mission halt nochmal aufgeladen werden. Und ansonsten... ...doch. Durchaus. Sauber. Na komm. Na komm. Komm hier, du kleiner... ...lade. So. Jetzt geht es aber los, Freunde. Hahaha. Jetzt nimmt der Flugfüllung auf, ja? Okay, Zielgarnison erreichen. Target acquired. Target destroyed. Target acquired. Oh. Welche Basis denn? Wo ist denn die Basis? Okay, muss die Basis jetzt zerstören anscheinend. Okay. Okay. Okay, bin zurück. Oh, 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 oh. Okay, komm, greif den an. Ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn, wo ist er? Oh, das gibt es doch nicht. Warum zum Teufel? So, jetzt aber. Kommt mit, Abflug. Es geht hier runter jetzt. Sonst haben wir zu viele Schäden. Kommt hier jetzt runter. Ich will das nicht. Bin ja mal gespannt, ob wir den Mech, den Centurio, da noch capturieren können. Die Verkunft ist uns, Commander. Bereit für Evac. Schauen wir mal. Und wir sind raus. Commander Legacy. Ich weiß gar nicht, ist das der Spider? Oder ich weiß es nicht, welcher ist das ist. Müssen wir mal schauen. Wenn doch schon... Oh, was haben wir jetzt? Wir sind ja respektiert, liebe Freunde. Das ist schon mal gut. Ja, warum nicht? Also können wir ruhig mitnehmen. Die BF, wo wir die nehmen? Die PPK nehmen wir auf jeden Fall. Die BF nehmen wir auf jeden Fall. Und die LSRs nehmen wir ja. Ich weiß gar nicht, ob wir... Wenn wir die beiden... Ich nehme mal die KSR 6 einfach mal die beiden mit. Einfach mal so aus Prinzip. Und... Oh, das sind doch harte Schäden schon. Aber es sind alle gesund. Das ist schon ganz gut. Nun schauen wir schnell, was uns das gebracht hat. Das ist ein 30 Tonnen Javelin Mac. Okay. Wir schauen mal ganz kurz hier rein. Mittlere Laser verloren. AK kann repariert werden. Können wir die Vierer hier reinsetzen? Ich bin mal gespannt, ob wir die Vierer da reinsetzen können. Können wir. Was ja auch cool ist. Lassen wir auch erst mal drin. Mittlere Laser verloren. Die beiden müssen ersetzt werden. Dann können wir das Ganze reparieren. Jetzt sind wir natürlich eine Tonne zu schwer, weil wir den größeren... Die größere KSR reingesetzt haben. Bauen wir einen Wärmetauscher aus. Und dann setzen wir auch einen Wärmetauscher um. Und zwar dahin. Und dann rüsten wir das Ganze um. Einen Wärmetauscher weniger, dann ist das halt so. Ausstattung. Reparieren bitte. Auch den Burschen hier bitte. Einmal reparieren. Und der Handspeck natürlich auch. Da ist komplett weggebrutzelt, der Bursche. Aber geht. Läuft. Ist in Ordnung. Sieht aus wie ein kleiner Streuselkuchen hier an der Stelle. So, wir schauen mal, was hat denn der Javelin? Ja, die ist ziemlich im Arsch. Also wir können das Ding eigentlich auch gleich verkaufen, die Javelin. Wo ist sie? Eine Mille bringt sie. Okay. Dann weg damit. Auch was raus. Aber dann haben wir den Shadowhawk. Den haben wir quasi schon wieder mit drin. Also so muss man es halt einfach auch mal sehen. Das ist schon in Ordnung. Und ja Freunde, ich würde sagen, das war es von uns. Da unten, da könnte man eventuell noch was abgreifen. Hier wäre vielleicht noch was industrieller Knoten und Piloten verfügbar. Ja, aber das kostet natürlich entsprechend Schotter. Das muss man halt auch mal 300.000. Das ist jetzt kein Pappenstiel. Und da ist eigentlich auch. Und hier ist eigentlich auch. Müssen wir mal schauen. Beim nächsten Mal Freunde. Ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Gerne noch ein Abo. Wir schauen uns nochmal den Hansberg an. Eieieiei. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.